Lea, Schuhe anziehen und dann fahren wir Bohnen. Welches Bohnen soll man denn nehmen? Ich will ein Feuerwehrboot. Feuerwehrboot? Ja, das können wir auch machen. Es gibt ansonsten noch ein Schwan und ein Polizeiboot. Aber... So, wir könnten jetzt noch einen Kameramann gebrauchen. Wir sind jetzt auf einem sogenannten Familienfahrrad. Macht irre viel Spaß. Oh, da fühlt sich aber eine kleine Maus wohl auf Babas an. Na, Leon, wie ist das Familienfahrrad hier? Ist das cool? Schön ist das! Na, wenn ich mitstrample, geht das leichter, ne? Ja, deine Kraftleistung übertrifft auf jeden Fall das Gewicht, was du mitbringst. Also eine gute Bilanz fürs Vorwärtskommen. Bei mir ist das wahrscheinlich anders. Ich habe gerade ein schweres Gewicht auf dem Arm. Hier kann Mama besser Auto fahren als auf der Autobahn mit dem richtigen Auto, ne? Boah, ich könnte hier irgendwie noch so eine eingebaute Babyschale gebrauchen. Die kleine Maus ist echt schwer. Das war's für heute. Mein nächster Center-Park-Film zeigt einige Restaurants, den kleinen Tierpark, Spielplätze und leider auch Kofferpacken. Abonniert doch meinen Kanal ElishibaTV und schaut euch auch meine nächsten Folgen an. Danke vielmals und bis bald wieder. Das war's für heute. Halloher impreschern dich. 22 Sekunden. 10 Minuten, 10 Leute exfoli exhibit. Bis zum nächsten Mal.